Sehr geehrter Herr Rauscher, meine Frage. Ich habe für nächsten Juli, also 2009, bereits Tickets für meinen Urlaub bei der AUA gebucht und bezahlt. Und die ganzen Berichte jetzt beunruhigen mich etwas und ich möchte wissen, ob mein Urlaub jetzt gefährdet ist oder nicht und wie das mit der AUA jetzt weitergeht. Danke.